Hallo liebe Abonnenten und alle die es noch werden wollen, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ich habe meine verloren geglaubte Speicherkarte im Körbchen meiner Katze gefunden und habe es mir nicht dämen lassen, für euch nochmal ein schönes Ottweiler-Video zusammen zu schneiden, da es sich doch einige gewünscht haben. Also, viel Spaß mit dem Video und nicht wundern, das Spindrift ist hier noch mit von der Partie. Wie ist das Wetter heute? Saugut. Saugut. Der Boot ist richtig trocken. Herzlich willkommen auf dem Float Trail Ottweiler zusammen mit Melo. Der dreht schon seine ersten Warm-Up-Runden. Die Trails sind ein wenig nass. Schaut euch das an. Landschaft ist auf jeden Fall richtig top hier. Wenn ihr noch nicht hier wart, kann ich es nur empfehlen. Und wir sehen uns auf dem Trail. Bis gleich. Oh, shit. Oh, das fahrt sich sehr gut. Sehr gut matschig. Hier ist der kleiner Jump. Oh ja, hier auch. Sehr schön. Und hier runter. Wow. Voll klar. Ja. Da muss ich ein bisschen dran gewöhnen, aber geht. Wir sehen uns heute noch was Neues. Wir wollen nicht super view an. Hä? Hä? Wieso nicht? Bei uns. Die so rot, die so gut. Oh, leck. Ist das eine Batsch-Party. Ach, wenn ihr jetzt denkt, warum fahren die zwei Vögel auf dieser matschigen Strecke? Ist das überhaupt erlaubt? Ja, wir hatten die Erlaubnis an dem Tag vom Vereinsmitglied. Also, alles im legalen Bereich. Oh, shit. Oh, ist das glatt. Alter. Shit. Oh, krass. Oh, nee, hauf. Da fahr ich nicht mehr. Ich würde sagen, wir bleiben hier. Ja. Das kannst du dir Hasen geben. Ich hab so ein neues Tool. Dank Melo. Prost. Meister. Wenn viel drin wäre, wäre es besser. Wie geht denn das überhaupt? Ah, ja. Man muss spritzen. What the fuck? Wünscht mir Glück. Ich mache Skepp. Ja. Das läuft ganz gut. Okay. Oh, ich bin voll gerutscht, Alter. Oh, ich hab mich fast gemault. Ich wollte es tatsächlich auch nochmal wissen und wollte bei den fantastischen Witterungsverhältnissen noch das Road Gap klären. Ja, wie das funktioniert hat, das zeige ich euch jetzt. Go. Das war knapp. Ich hab dich fast getroffen. Danach sind wir nochmal hochgeradelt und sind auf Auto-Order Kevin gestoßen. Schöne Grüße gehen raus an dich. Aber ab dem Zeitpunkt nahm leider das Unheil seinen Lauf. Ja, sehr schlammig. Oh, da sprich ich dir nicht gern. Step up, land auf dem Holz. Und go. Gummi. 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 Alter, das ist ein Batsch. genau das meinte ich alles gut ist genau das was ich gesagt habe, dass ich hier gar keinen grip habe ich habe gesagt mir rutscht hier die ganze zeit das vorderrad weg, ich spring hier nicht ja alles halb so wild mir geht es gut dem bike geht es gut danach hat es leider heftigst angefangen zu regnen beziehungsweise hakeln aber dann wendete sich das blatt zwei minuten später im indiachgrund scheppert es ein bisschen über uns blauer himmel sonnenschein dabei ein kaltes monster und eine zigarette gleich ausgeht da hinten fängt es wieder gleich an zu regnen dieser regende zählt wieder daher und dann wieder weg naja auf jeden fall war es das dann für uns und wir machten uns dann zurück auf den weg zum auto wir hatten einen super geilen tag in ottweiler und damit würde ich auch sagen wenn euch das video gefallen hat, lasst mir doch einen daumen hoch oder ein abo oder ein kommentar da und wir sehen uns dann auch schon das nächste mal ciao ciao leute